zurückzukommen dann kann ich unten Alchemie fertig machen ja mach du mal dann läuft das erstmal automatisch, dann kann ich mich um die Bienen kümmern dann kriegst du auch noch hier was hin jetzt hab ich noch keine Fackel mehr und das juckt mich gar nicht was das ist die gar nicht juckt, das war mir klar hab ich doch gesagt und das juckt mich gar nicht du bist einfach ein ich weiß es nicht toller Mensch ja definitiv bist du ein toller Mensch definitiv bist du ein toller Mensch definitiv bist du ein toller Mensch was soll das sag ich dazu das ist sehr nahhaft von dir übrigens Wizzler ist auch abgeschlossen ne mit den Köpfen ok ja ich mach das gleich erst ich kümmere mich erstmal um hier in die Kisten ja dass er immer ein bisschen hier kaputt machen kann und ich einfach nur dumm stehen kann wir haben drei volle Energy Sales bekommen wieder wow, Hardenet? Hardenet? Energy Sales Hardenet? Energy Sales ich würd Hardenet sagen oder so wo hast du die anderen hingetan? die Energy Sales? ja in eigen einer Truhe ich hättest doch hier neben dem Armee System tun können ja, ich weiß, hätt ich auch machen können wie war das? wo ist da Zuckerwald im Pulver Weiß? ja da komm ich tu mal hier meine meine zehn Stück auch noch spenden hier die ich noch kissst hab komm mal hier bum du neuuuuh ein schluck köstliches wasser flasche wieder bitte zu ich gehe nicht mehr so oft klatschen ja du bist so eine meme ehrlich ich bin aber jetzt gestorben Basti so das ist fertig kannst du das ja nochmal anders überlegen aber Werkzeug mache ich mir damit aus ja schau mal was im back drin ist das ist ein Blueprint drinnen für den Chamber das ist ein Blueprint drinnen für den Chamber ich glaube wir müssen den Wieser töten wenn du den Wieser tötest wo weißt du das? wo das da steht Fuse and Chamber Blueprint ach den Wieser müssen wir killen ach so ja das meinst du verstanden oh jetzt hat sich bei Chemie bei mir weiterentwickelt ich kann weitermachen ein epic back äh ist T die ich glaube die Kimmer runter wirst du wegbringen ist T oh ich brauche H und O also Wieser klatschen ne ja epic back soll ich dir trotzdem ein Schwert machen ja ich habe jetzt eigentlich ein yellows Saber aber das weiß nicht ob ich das reiht ja mache ich ein Schwert soll mal versuchen den zu töten klar und zur Not tun wir das Kette schon vorher zurück und dann können wir falls weil es wir doch nicht schaffen einfach Töten wieder zurückverfrachten ja das geht aber nicht so schnell wie du denkst ne ok tanken for my being in specialist ja eigentlich kann es doch geht 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 schon man muss das gehen schau mal wieviel habe ich denn davon ey also ich verlasse muss auch nie das sein bloß nur Eingrüstung ne mhm reicht nein doch doch ich könnte mich ich könnte mich um die eine Quiz jetzt mit ihm noch kümmern ja dafür brauche ich zweimal O 6H zweimal O an der Stelle dann brauche ich H H und C ok H habe ich also brauche ich neun Stück wir müssen hinterherstellen von zehn Stück ach du Scheiße dann sind das neunzig davon ich werde aber gleich erstmal alles was ich in dem Moment weg tun dann brauche ich zwanzig davon kann ich dir was zuschmeißen? ähh ne ja schmeißt zu oh jo 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 Wie viel hast du drauf verzaubert denn mal? 30 oder was? Ich hab nichts drauf verzaubert. Achso. Na dann. Ich geb' ich erstmal Gas hier. Ich hab das doch so gehabt. Na okay. Ich werd mir jetzt erstmal nochmal einen Chisel machen kurz. Okay. Zweimal schon. Das Icon und die Dears zurückverwarnen. 4 Blöcke. 30 Level. 54 Dears. Okay. Ist natürlich nice. Also fangen wir mal mit der Brust an. Unter der Schwert. Ne. Just Blood. Ach komm gleich. Das volle Protection und Unbreaking 3. Okay. Wir müssen gucken, dass wir ein ganz schnell gekriegt kriegen. Ich mach Potions noch. Ich mach die Tränke noch. Die Strange-Dinger noch. Hau ich mir noch ein. Testosteron. Ja. Dann musst du mir auch gehen. Mhm. Kann ich machen. Ich hab jetzt noch 18 Level. Obwohl. Ich kann auch was anderes machen. Welche willst du machen? Game. Ist der nachher nicht noch mit dem Bogen angreifbar? Cool. Ach so. Blöcke zerstören, ne? False. Ja. Er soll hier uns nicht alles kaputt machen. Ja. Da hast du recht. Sicher. Sicher. Da hast du ausnahmsweise recht. Ja. Ich hab' gerade gezogen. Oh ja. 1, 2, 3, 4. Und dann pump ich mal eben das rein. Dann würde ich sicher gleich mal Testosteron. Ähm. Testos. Ach da brauche ich H für. H produziere ich gerade. Das andere ist da auch noch. Gib ihn du an, Tobi, an. Fast schon. Genug Leben haben wir ja noch. Ja. Wie hattest du dir gegeben gehabt? Äh. Du hattest alle gemacht. Ich hab keine gemacht. Ja. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du dann stirbst. Dann sterbe ich halt. Meine Fresse. Aber dann leg mal lieber alles ab. Ja. Ja. Ich packe mal eben noch da unten was rein. Dann kann das in der Zeit produzieren. Obwohl ich Testosteron nehme. Dann werden dann bei dir eingestellt. Äh. Moment. Muss ich nicht mehr herstellen. Hm. Leben.